Hi, ich zeige euch, wie ihr in Excel einen prozentualen Anteil ausrechnet. Das geht in der simplen Formel. Wir haben hier 30 korrekte Antworten für 42 Fragen. Und wir wollen nun wissen, wie viel Prozent das sind. Dazu geben wir folgendes ein. Ist gleich, dann die Anzahl der Antworten, geteilt durch die Anzahl der Fragen und dann auf Return tippen. Und dann haben wir hier 0,7142 und so weiter. Das bringen wir gleich noch in eine schönere Form. Jetzt erweitern wir die Formel erstmal hier noch auf die nächsten Zellen. Und dann haben wir hier alles markiert. Und jetzt müssen wir eigentlich nur noch das Ganze in Prozent darstellen lassen. Das geht hier mit Start und dann hier auf das Prozentzeichen klicken. Und schon habt ihr eine schöne Darstellung des prozentualen Anteils in Excel. Das war's. Vielen Dank fürs Zuschauen bei tippscout.de und bis bald.